Talk reporting. Entry team. Negotiations have fallen apart. Need to slide over. Ich wollte eigentlich allen schwere Rüstung geben. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das wirklich der Fall ist hier bei allen. Naja, wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall das letzte Mal sind ja leider zwei Leute, glaube ich, gestorben. Zwei Kops von uns. Wenn seid ihr schon Leute. Und deshalb müssen wir ja da ein bisschen anders rein. Ich weiß nicht, wen sie da gesehen haben. Die Tür ist zu. Links ist soweit niemand. Ich würde sagen, wir clearen erst das Gebäude hier rechts. Das ist, glaube ich, ein Flash. Das ist ein Granaten-Version mit Flashbangs. Ich würde sagen, ihr flasht da drüben. Mit einer Blankgranate. Und ich schiesse da unten eine durch. Es ist zwar jetzt gar nicht leise gewesen, aber... Es sieht halbwegs okay aus. Good to go. Talk. Talk to entry team. Roger, Trailer's inbound. Talk. Evidence bad. Es lief eigentlich schon mal ganz gut. Kurz hier mit dem Mediscope runterschauen, bitte. Schau doch noch links auf die Tür. Okay, das ist nix. All clear. Dann... Hier. Einmal hier runterschauen, bitte. Die KI ist in diesem Level irgendwie ziemlich doof. Kann ich dich ganz kurz aufnehmen, bitte. Okay. Okay, eyes on one suspect. Wie sieht's da drüben aus? Check it with the mirror. On it. I got the wand. Okay, eyes on contact. Würde ich sagen... Blaues Team hier. Öffnen und sichern. Rotis Team hier. Öffnen. Blendkanal und sichern. Ja gut, ihr solltet das vielleicht auch dann öffnen. So, und dann soll ich glaube ich jetzt z-drücken können und sie sollten das ausführen. Go, go, go. Use your tools on that lock. Use the motor. Das ist doof, dass die Tür auch zu ist. Good to go. I got it. With the police. Good to go. Bang. Element to talk. Police, get down. Hands on your head. Open and work. Get down, now. Hands up, drop the wa- Hands up, do it now. Swap with me. Moving it. Turn around. Oh shit, 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 shit. She's finishing stuff. Suspect down. Need of temps. Tom, reporting. Affirmative. Make them stable. And the doll. Oh shit, shit, shit. Get down on your knees. We got a suspect here in need of medical testing. Doch, uns Aspect. Restraining. Junge. Da dachte ich, hier wäre niemand. Ich bin so langsam mit der Rüstung hier. Können Sie uns bitte sichern? Kuff'em. Das war doof. Und Sie auch, bitte. Okay, kurz Raumdurchsuche. Leben noch alle. Move on. Ich hoffe's mal. Schliess kurz die Tür. Eins, zwei, drei. Warum sehe ich nur drei? Warum sehe ich nur drei Leute? Was macht er draussen? War das von links? Was ist nicht von hier? Ich bin ja. Ich bin ja. Poblos, werbe Credit. Was ist immer, Mann? Ok Kainano von Leish, is it coming? The door there is not so open, that's a bit stupid Ok, one suspect down there I would suggest a team to go over to the door On the right No, 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 wait, wait Blue, fall in Blue Team There Moving out Hold it Standing by Hold there Ready when you are Red Team Cover this area That's affirmative Blue Team, please come back Put your hands up Police, down on the ground Put your fucking hands up Put your hands up Put your hands up LSPD, don't move Hands up Put your hands up Put your hands up Put your hands up Put your hands up Police, get down Es reicht Let me see those hands Ok, blaues Team hierauf Red Split the stack and provide cover Rein Shit Das war das falsche Team Naja, egal Ich will mal kurz, äh, einen Türstopper Ne, einen Türstopper Irgendjemand bitte einen Türstopper, danke Damit von hier niemand kommt Blaues Team schützt da vorne oder rotes Team Keine Ahnung, wer Müssen auch Einfach aufpassen, dass uns niemand von hinten folgt Sehr gut Dann wieder zurück auf deine Stellung, bitte Das ist das blaue Team, glaube ich Red Äh Äh Falsch Team Ich weiss nie, wie man die auseinander halten kann All Teams Post up and provide cover Gehen kurz hier rechts rum rum Mach du das mal, ja Mach du das mal, ja Die Tür ist zu Könnte gleich wieder schwierig werden hier vorne Recht sich Moment, niemanden Okay, die Tür ist auch zu Okay, warte, ist doch ein bisschen zu gefährlich, finde ich ehrlich gesagt Wir nehmen alle mit in Diamantenform Kurz warten, bis alle hier sind Könntest du bitte deinen Schild auspacken? Danke sehr Alle hier Alle hier Alle hier Das letzte Mal war ja einer draußen auf der Straße Das ist unglaublich fies Was Unglaublich fies war Und der hat uns dann von rechts abgeschossen Ich rufe mal kurz Zum schauen ob irgendjemand reagiert Das ist gerade niemand Dinten ist jemand Geht runter, ich will die Hände Hände auf der Hände, mach das jetzt Bleib deine Hände hoch Bleib deine Hände hoch Hände hoch, jetzt Okay, wo ist die Person hin? Hände hoch Hände auf der Boden, jetzt Bleib deine Hände hoch 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 Get in the ground, now! Shit, 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 shit! Get down, I want to see hands! This is Todd. Roger, Entry Team. Provide cover. Arrest him. Moving into handcuffs. I got you, don't worry. Puh! Da war meine Waffe wieder leer. Sehr schön. Ihr habt alles abgesippt, sehr gut. Und kurz hier hinten nochmal schauen. Ob alles immer noch gut ist. Natürlich nicht! Okay. Oh, shit, 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 shit. Get down on your knees, hands up! Get down on your knees. 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 Blue Team, post up and cover the area. Rotes Team. Hier. Over there. Moving out. Und Dekanavitür. Ehhhhhhhhh. Ähhhhhhhhh. Hä? Maintain cover. Got you cover. Blaues Team. Gold Team. Post up and cover. Hands on your head. Now! Muss er hin? Muss er hin? Oder habe ich ihn erwischt? Police! Hands up! Hands up above your head! Irgendjemand kurz hier die Tür schliessen bitte. Close it. No sound. On it. Headrest Beersett. Ehhh... Da oben ist die Tür offen, da drüben ist jemand vielleicht, da Tür schliessen bitte. Ja, wie sollen wir das bitte machen, wenn... Du, fokussieren, Tür 3, du, mitkommen, bewegen, hier. Hallo. Was denkst du eigentlich? Nähe auf die Tür. Und du sollst eigentlich die Tür da oben... Genau. Jetzt verstehen wir uns. Ich weiss, ich sollten keine Bodypacks machen und alles, aber es ist unglaublich schwierig mit der KI hier zu schaffen. Bringt die Ohne ins Haus, geht mit, 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 okay. Ich schaue mich ganz kurz nochmal hier rum, ob nicht noch jemand anderes hier drin ist. Den wir möglicherweise jetzt, äh, hintenrum verscheucht haben, aber ich glaube, es ist gut. Okay, das Magazin ist völlig leer. Okay. Wo ist seine Waffe? Keine Ahnung, wo seine Waffe ist. All right, all right. Andererseits... Es ist, glaube ich, schlau, wenn wir hinten reingehen, irgendwo. Die Tür hier könnten wir theoretisch... Ja, ne, zumachen, aber das bringt uns gerade nix, glaube ich. Ähm... Mirror for Suspects. Got it. Mirror ready. More than one opening. Looking good, sir. One civilian, on art. Okay, eben ein Civilist. Mach mal ein bisschen Platz da. Move to my front. En route. Wir nehmen den Civilist mal raus. Ne, 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 ne. Move and stay there. Das war doof. Get down, now. Get down, now. Dann schießt du. I got it. Drop it, or you're gonna get shot. Hands up, do it now. Was machst du, Junge? Ich hab dich fast in die Tasse gedrückt. We need to talk. Move there, don't get up. Ganz slowly raus da, bitte. Es wäre besser, wenn man ihm sagen könnte, dass sie sich... ...dass sie rauslaufen sollten und nicht rauskriechen. Aber gut, ich mein... Raus da. Okay, wisst ihr was? Ich nehm die kurz auf. Das ist zu doof. Autsch. Okay, hier. Einen Türstopper rein. Wir sind noch alle freundlich, oder? Ja, doch. Diese Mission ist wirklich... ...so ein bisschen... ...bisschen die schwerste, würde ich sagen. Dann antreten. In der Diamantform. Hör auf mich. Hinter dir. Hier kurz mit dem Tür... ... mit dem Ohr. Durchschauen. Okay, wahrscheinlich konnte er da nicht tun, würde er doch... ... auch konnte. Start die Wand. Multiple Öffnungen. Okay. 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 Dann... Öffnen. Oh, shit, 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 shit. Das ist doch einer... ... nach hinten gelaufen. Okay, shit. Äh... Blaus Team, kurz hier. Hier... ...ne, rotes Team, meine ich. Aus dem Antreten. You're in my way, sir. Move over there. Moving out. Wir gehen kurz in sich, in da hinten. Da ist doch einer noch hier hinten durchgelaufen. Ich hätte fast auf den Zivilisten geschossen. Ich hätte fast den Zivilisten hier geschossen. Wo kam der raus? Ich werde es schrauben. Ich werde es schrauben. Die Tür ist zu. Okay, ganz kurz sicher zu gehen. Sonst sehen wir hier niemanden. Aber die Zivilisten da draussen könnten wir kurz noch ein bisschen... ... aus dem Schussfeld räumen. Bevor ich... ... nochmals auf die schieße. Komm kurz her. Leg dich mal hier drinnen, hinten. So. Was dann nämlich nochmals so was passiert. Okay, da ist immer noch die andere. Draussen ist uns alles ruhig. Dann würde ich sagen... ... ähm... ... gehen wir trotzdem mit einem Knall da rein. Oder was, mit einem anderen Sleiter. Schiesst deine... ... schiesst deine... ... Ding weit hinten rein. Ja, es ist ja gut. Ne, 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 ne. Move in. Got an opening here. Blue team. Chem light. Move in and clear it. I'm on it. I got it. Suspense down. RSPD. Move on. Oh Gott. Was passiert hier? Was macht der draussen? Red team. Move in. Bang the room and clear. Move in. Clear the room. Ey, die KI ist hier drinnen echt beschissen. Blue. There, go. On the move. Wo ist das blaue Team? Ich verstehe nichts mehr. Okay, hier ist das rote Team. Wieso kommen die alle immer von hinten? Ah, ah, ah. Äh. Okay. Die man hat wieder Besitzer griffen. Die Waffe werde ich wohl nicht einsammeln können. Red. All teams. Red team. Start a search. I got it. Doch, da. Die Tür ist noch zu. Und wo kam der Typ wieder? Das ist echt weird. Und die KI hier ist echt beschissen. Ähm. Was? Weißt du was? Wir schliessen hier die Tür. Okay, die Tür ist unlockt. Die Tür ist auch unlockt. Wissen wir. Auf rein. Öffnen und sicher. Öffnen und sicher. Rotes Team. Öffnen und sicher. Und go. Okay, das war nicht das, was ich gedacht hätte. Nee, 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 nee. Nicht runter. Bring up the shield. Von wo kommt der Typ? Ich verstehe nichts, was die hier machen. Logik verstehen die hier gar nicht. Ne, hier fokussieren. Ne, ne, ne. Gott, ist das gerade doof. Du fokussierst hier. Weißt ihr was, wenn ihr das nicht könnt, dann mach ich das selber. Oh. Das sieht schlecht aus. Oh shit. Eine Kugel in den Kopf. Das sieht ganz schlecht aus. Der hat es nicht überlebt. Und Cover-Officer lokalisieren, retten sie alle Zivilisten. Okay, hier wird irgendwie russisch geredet, oder irgendwie sowas. Drugs, go in the market car. Marked car, load the guns in two separate trucks. Rock the bitches before transport. Make sure vehicles are checked out. Don't want police stopping us for a broken headlight. Don't fuck around. Cocaine meth guns, bitches. No care. Ja, dann sind wir gekommen. Dann sind wir gekommen. Hello. Gold-Team. On me. I got you. I got you. Drop your chem-light. Okay, das sieht mir gar nicht schlau, hier runter zu gehen. Äh, wisst ihr was? Kann man da durchschießen? Da ist ein Raum und da geht's raus. Und da geht's auch raus. Hands on your head, move! Down on your goddamn knees, now! Bleu. Dynamic movement. Move and clear. Into the room and clear. Watch for that. Get down and keep your hands up. Let's switch. Hands up now! Drop to your knees! Police! Get down! All the way up ahead. Let's switch. Hands down on the ground! Move! Get down, I want to see hands! Empty over here. No contacts. We're not here for you. Chem-light. Chem-light out. Okay, but Team Rot is safe. We need to talk. We've fallen behind me. Got your back, Alan! Hands on your head, do it now! Great work, Entry-Team. Keep it up. Chem-light. Er ist auch safe. Element. Use the mirror. Check for targets. Okay, die Mission ist eigentlich zu Ende, aber wir haben vielleicht noch einen Soft-Target. Da haben die wahrscheinlich nicht alle. Geht da hin mit. Okay, da drüben waren wir auch noch nicht. Was ist das Rote Team? Red. Put your hands up! Up ahead. Opening on the right. Hands up, now! Hands up! Down on the ground, now! Move in, clear the room. Slide over. I'm going. Get down on your knees. Opening on the left. Wahrscheinlich eben doch noch was anderes, was sie einsamen können. Putting down a chem-light. Da geht's raus. Da war die andere Zivilistin drin. Hands up! A pump your head! Arreste ihn! Hands up! Drop to your knees! Okay, vielleicht war auch das das andere. Get on the ground, now! Schauen wir uns trotzdem nochmal kurz um. Good to go. Vielleicht hier hinten im Desk noch irgendwas. Sieht nicht so aus, okay. Fall in. On you. Kurz nochmal hier draussen checken. Das ist noch die Waffel, die ihr nicht gesehen habt. Sehr schön von euch. Nein, soll ich noch mal ziehen? Gut, hab ich nichts gesagt. Ist ein schönes Autohaus eigentlich. Get on the ground, now! Vielleicht gibt's hier irgendwo was... ...interessantes. ...sieht aber auch nicht so aus. Zumindest nichts Auffälliges. Da drüben ist safe, hier ist auch safe. Und das ist mal ein gelungenes Showcase von einem Auto. Hier geht's raus, schätze ich mal. Ja, hier geht's raus. Drassen waren wir schon. Okay. Okay. Farge Tast ist already. Okay. Aufzeichnung über Menschenhandel. Oh. Age 19, 19, 19. 23. Gut, in Amerika ist man ja eigentlich erst erwachsen, wenn man 21 ist. Weil gilt das hier wahrscheinlich als Kinderhandel sogar. Gut, dass wir noch weitergesucht haben. Okay, hier gibt es auch noch Leute zum Fesseln, sehr gut. Die habt ihr nicht gefesselt, wie auch so auch immer. Oh, schöner Headshot. Oh, nice. The abducted. 3 von 3, Soft Objects, 2 von 16, 16 von 16, 16 von 16, 16 von 16, 4 von 4. Perfekt. Das lief diesmal gut. Wieso auch immer mit hier. Der Greenscreen spinnt, I don't know. Starker Stress, okay. Krise, Krise. Da müssen wir wohl ein paar in Therapie schicken. Aber das lief diesmal ziemlich gut. Viel besser als beim letzten Mal. Hat ziemlich lange gedauert, wie ich gerade sehe. 45 Minuten. Aber hey. Wir schicken kurz mal die 3 hier zur Therapie. Oder 2, nee, 3. Ah, Therapie ist voll shit. Na gut, wir schauen das nächste Mal dann, wen wir das mitnehmen. Beim nächsten Mal. Hier wollen wir noch kurz jetzt in die Evidence. In die Kammer gehen. Zum schauen, was da jetzt für neue Evidence da ist. Auf jeden Fall irgendwas mit der Menschenhandel. Kartell, SMS, Beobachtungsliste. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Die auf Spanisch verfasste Liste zeigt die Routen und Zeiten der Grenzschutzpolizei in der Region. Es wurden in einigen Notizen zu verschiedenen Beamten gemacht, in denen ihr Aussehen beschrieben wird. Ein oder zwei sind durchgestrichen, da sie erledigt wurden. Ebenfalls sind einige Luftaufnahmen von einer Drohne beigefügt, auf denen die Wege der Beamten von ihren Fahrzeugen aus markiert sind. Okay. Vielleicht ist es doch von hier. Kartell, SMS. Ist es auch neu? Eine SMS von einer unbekannten Nummer an den Handybesitzer, der Such- und Rettungsdienst des LSBD führte eine Operation durch, um das darin erwähnte Weinde kennenzulenden, war aber nicht erfolgreich. Weitere Expeditionen sind geplant, um das unterirdische Flusssystem in alle Richtungen zu erkunden. Also das kennen wir. Das kennen wir auch. Kennen wir auch die Kamera. Es ist echt schwierig zu sagen, was hier neu ist und was nicht. Data Miner. Data Miner. Tillis Tasche. Die haben wir auch schon gesehen, glaube ich, zumindest. Das ist von College. Agent Greers Band. Das ist neu. Das Gerät, das die Ermittler nach dem Vorfall bei seiner Leiche fanden, enthält wertvolle Informationen über den Austausch in Port Hogan. Ebenfalls nennt es wichtige Ziele für den Handel, Agent Brian Greer für seine Taten am 15. Dezember Post haben mit der Tapferkeitsmodelle ausgezeichnet. Das war, glaube ich, jetzt der Agent, der da tot aufgefunden wurde. Müsste zumindest das gewesen sein. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts anderes. Das war die Kamera. Ne. Ich glaube, das war alles. Okay. Spannend. Das hängt alles immer irgendwie ein bisschen zusammen. Gibt es im Detective Büro noch irgendwas Neues? Okay, da wird gerade eine verhört. Darf ich mal durch? Darf ich nicht, schade. Na gut, ich weiss hier nicht, ob was Neues dazu kam. Ist immer schwer zu sagen. Aber gut, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Radio Not und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit dem neuen Einsatz. Haut rein. Tschüss. So, are you ready? You żeniebeve慣.